Pamela Reif entschuldigt sich ihre Transphobe-Aussage. Sie ist seit Jahren unglaublich erfolgreich als Influencerin, Model und Unternehmerin tätigt und ein wahres Vorbild für ihre Follower, innen, Pamela Reif. 26. Während normalerweise unterhaltsamer Content und wohlwollende Kommentare ihren Feed prägen. Gib die gebürtige Karlsruherin jetzt einen Grund für Gegenwind. Im Video sehen Sie die problematischen Aufnahmen von Reif, die sie nach kurzer Zeit wieder gelöscht hat. Es ist das erste Mal, dass das Adjektiv Transphobe und der Name Pamela Reif innerhalb eines Satzes genannt werden. In der Vergangenheit unterstützte die Fitnessbloggerin die Ligtquia Plus Community, weshalb ihre jüngsten Aussagen für Unverständnis bei ihren Fans sorgen. Wie sich Pamela jetzt zu dem Shitstorm äußert, erfahren Sie im Video. Verwendete Quellen, Instagram.com, TikTok.com Muzica 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 Und vielleicht eigentlich auch ich dich, ich kann nur, dass ich das nur, dass ich das, dass ich mir gerade für mich bin. Ich bin vielleicht nicht, ich bin mir dazu, ich bin ein Witzig, ich bin ein Zeug, und ich was nicht, ich bin ein Teil für mich, dass ich mich nicht so mache. Ich bin ein Zwang, dass ich das jetzt nicht so machen. Ich bin jetzt bei mir gesagt, ich bin ein Fähiger, ein Fähiger, ein Fähiger, ein Fähiger, ein Fähiger.